Musik Gerade ist jetzt nicht ganz entspannt bei uns im Wohnzimmer. Nein Musik, weil ich morgen die Arbeit nachschreibe. Das Payday K-Superling-Eats. Entschuldigung, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was ist denn das? Fuck, ich zieh blau, Mann! Geh mal da drauf, Sabo, was kam da für ein Scheißdreck raus. Was kam hier auf der K-S für ein Scheißdreck raus? Nee, geh mal jetzt auf den Link, schnell. Auf welchen Link? Den steht in dem Ding, ist der Chrysler K. Diesen Panzer nenne ich ab jetzt ein Swagger. Äh, Swag-Mobil, okay? Das ist ein Swagger. Das ist kein Swag-Mobil. Alles klar, ja. Junge, das ist eine fucking Bratpfanne auf einem Panzergestell. Ja, Mann! Alles klar, guck, guck dir das an, hier. Panzergestell, Bratpfanne. Nee. Junge, der hat gar nicht gepreschen von, keine Ahnung was. Äh, Autsch! Ohoho, er frisst wieder. Hey, mein World of Text kommen die besten. Zehnt sich doch nicht. Ach so, er haut mir direkt durch den Turm ab. Wir haben 250mm Front-Panzerung. Wir haben keine starke Turm. Panzerung. Wir haben 250mm Front. Wir haben nicht. Hat er dich interessiert? Ja. Und der T10 mit seiner komischen Russenturm-OP. Fuck, da. Ah nee, der hat einen Gamm-Markt. Das ist so, Alter, der ist eine scheiß Hurensohn. Der kriegt mir schon wieder richtig auf den Sack. Diese Scheiß-Locken. Schieb mich vor, fährt zurück. Ich krieg der mit. Komm. Hahahaha. 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 Alter, ey. Der bricht aber auch jetzt schön aufs Mord. Kurwa, was schießt der Arfizier? Hatte kein Leben. Ja, der Typ hier. Da kommt der, der große Chinese. Weh, der fährt jetzt zurück. Weh, der fährt jetzt zurück. Komm, der habt ihr alle weg. Mach's wie Kim Jong-Un. Baller die alle weg. Ja, jetzt fahren sie zurück. Der Chrysler. Der Chrysler. Der Hurensohn. Ey, Samu, ich glaub, du machst Abuse vom Voice-Chat, hab ich gehört. Wieso? Ja, ihr brüllt da irgendwie Scheiße rum. Mach mal. Ja, das habe ich gewaluet. Was du brüste die West? Rau. Das war sicherlich. Det war EFTER SCHOOL. AFTER? Aha. Haha. Was soll der After? Hahahaha. Wenn du.. After nothing. Wann dann sag ich NEEEIJORD? Häh, hey dude, sonst sag ich NEEEIJORD. NEEEIJORD? Häh, hey dude! Trag ich NEEEIJORD? NEEE JORD! Häh, hey dude! NeeeiJORD! Seid ihr einfah? Ich habe noch mal reales Physik gereiht, bevor ich hier pennen gehe. Wie gesagt, ich schreibe mir morgen die Arbeit. sollte auf jeden Fall passen zumindest die Aufgaben, die ich jetzt hier gerechnet habe und ich mache jetzt noch ein bisschen was an Fitnessübungen einfach nur, um wieder ein bisschen langsam reinzukommen halt 6 Kilo haben schon hier zu Hause das schneide ich euch noch rein ansonsten von mir war es das habt noch einen schönen Tag gönnt euch, was auch immer ihr macht habt Spaß